Tor 1, Tim Boss vom SVW in Wiesbaden. Der Torhüter sieht ganz genau, dass der Schuss von Bayerns Angelo Stille an den Posten geht und hilft dann selbst nach. Auf der Linie gibt Boss der Kugel den entscheidenden Drive in Richtung Tor. Als er merkt, dass das eine schlechte Idee war, ist es schon zu spät. Kann ja mal passieren, lieber Tim. Tor 2, Sven Kreier von Rot-Weiß Oberhausen. Positiv, er hat die Nerven in der 94. Minute zum möglichen 1-1 vom Punkt anzutreten. Negativ, der Elfmeter ist wirklich kein Kunstwerk. Aber weil Essens Torhüter Daniel Davari den Mut seines Gegenspielers auch belohnen will, lässt er die Kugel kurzerhand durchflutschen. Auch Elfmeter können wahrlich Kacke sein. Tor 3, Robert Andrich von Union Berlin. Erst die gekonnte Ballannahme mit der Brust und dann beweist er auch noch Übersicht. Wenn ihm sein eigener Keeper schon ein leeres Tor anbietet, dann will er diese Einladung auch annehmen. Aus der Drehung gekonnt mit der linken Innenseite ins Tor. Tor 4, Gerüchte besagen, Unionskeeper Lute ist immer noch auf dem Weg zurück in den Kasten. Tor 4, Lea Schüller vom FC Bayern München. Beim DFB-Pokal der Frauen lässt sich die Torjägerin auf ein einstudiertes Doppelpassspiel mit Hoffenheims Torhüterin Martina Tufikowitsch ein. Was Schüller ihrer Gegenspielerin aber nicht verrät, sie sollte den Ball nie zurückkriegen. Wirklich gemein oder genial? Tor 5, Ivan Michaljevic vom TSV Steinbach. Beim ohnehin schon gescholtenen Gegner Offenbach gibt Torhüter Stefan Flauder sein Bestes, einen Freistoß noch abzuwehren. Michaljevic ist das herzlich egal. Was man dem Steinbacher zugute halten muss, den Treffer zum 4-0-Endstand nimmt er selbst mit und erspart Flauder so ein peinliches Eigentor. Dazu gehört Klasse.